Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mit dem italienischen Premium Zerstörer auf Stufe 7, der Paolo Emilio unterwegs, bevor wir ins Gefecht gehen. Schauen wir uns mal kurz an, welche Module und Kapitänskillung ich nutze. Ich nutze einmal Zielsystem Mod 1, den Steuergetriebe Mod 2, im dritten Slot Tarnsystem Mod 1 und zu guter Letzt noch Torpedowerfer Mod 3. Und als Kapitän nutze ich den Giuseppe Sigala Fulgosi mit der Basisfähigkeit im Nebel und geskillt habe ich einmal Kontakt steht unmittelbar bevor. Prüfender Blick, dann haben wir aufmerksam Nebel über dem Wasser als legendären Skill und aufhaltsam. Und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Erich Bay und den Jersey Swesky und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte. Land des Feuers im Herrschaftsmodus. Mit dabei der JC Gameplay in der Friesland und der Nieren mit der Gasconje hier auf jeden Fall. Drei Zerstörer in der Runde. Ein Kreuzer. Fünf Schlachtschiffe. Schauen wir mal, was geht hier mit der Paolo Emilio. Ich denke mal der Plan sollte sein, auf jeden Fall langfristig die C-Seite zu unterstützen, weil wir dort drei Schlachtschiffe haben. Fürs Erste werden wir natürlich versuchen das B-Cap einzunehmen und dann schauen wir mal, dass wir dort Richtung C fahren können, um dort unsere Schlachtschiffe etwas zu unterstützen. Die werden dort auf jeden Fall massive Probleme haben, sofern dort einer oder mehrere Zerstörer auf der C-Seite vom Gegner sind. Dementsprechend schauen wir mal. Und ja. Paolo Emilio, nicht unbedingt mein Lieblingsschiff auf der Stufe. Gerade weil es halt schon so ein volles Risikoschiff ist, wo man auf jeden Fall reingeht und nicht selten halt dabei halt auch stirbt. Kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie gut der Gegner reagieren kann. Und daher wahrscheinlich auch mein Zerstörer auf Stufe 7, wo ich mit Abstand die schlechteste Siegrate habe. Weil man halt sehr, sehr schwierig oder fast gar nicht auf Sicherheit spielen kann mit diesem Schiff, weil man wirklich immer noch relativ viel riskieren muss. So, wir sind auf jeden Fall ein Cap drin. Funkortung, Zeichen nach links. Hauen einfach mal unsere Torpedos raus in die Richtung. Drehen auf jeden Fall auch unser Schiff, dass wir die anderen zwei Torpedowerfer auf der rechten Seite zur Not nutzen könnten. Aber wir versuchen jetzt hier erstmal das Cap einzunehmen. Wir kriegen jetzt hier auch mal für unser Team, wo ungefähr der feindliche Zerstörer ist. Er hat es nach rechts umgesprungen. Da haben wir auch schon die Fletcher. Leider haben wir nicht genügend Torpedoreichweite. Sonst wäre die Fletcher wahrscheinlich schon der vernichtenden Schlag draußen gewesen. Aber hier mit der Unterstützung vom JC mit der Friesland wird die Fletcher natürlich nicht lange leben. Machen ja auch über 4000 in einer Salve. Die Nachladezeit ist natürlich sehr, sehr langsam. Aber damit ist schon mal die feindliche Fletcher draußen. Das B-Cap ist eingenommen. Und wie bereits gesagt, fokussieren wir uns jetzt hier auf jeden Fall mal auf das C-Cap. Dort ist auf jeden Fall auch einer der feindlichen Zerstörer. Da kommen nochmal Torpedos. Mal kurz ein bisschen abbremsen. So, dort haben wir auf jeden Fall drei Schlachtschiffe und einen Zerstörer. Bei C. Scharnhorst ist dort rübergefahren. Unsere Funkordnung zeigt aber immer noch auf die Scharnhorst. Das heißt, der feindliche Zerstörer ist relativ weit hinten rechts am Rand. Dementsprechend sind wir hier immer noch relativ sicher. Haben natürlich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit den schlechteren Tarnwert. 5,4 Kilometer, was wir hier haben. So, blockieren aber jetzt hier auf jeden Fall schon mal die Punkte. Sind jetzt hier auch aufgeklärt. Da ist die ZF6. Treffen hier wieder mit einer schönen Salve. Wieder über 4.000. Nächste Salve ist draußen. Nochmal wieder sechs Treffer für 3.000. Nur die Nachladezeit ist natürlich sehr, sehr schlecht. Und wir werden hier auch massiv von den Schlachtschiffen getroffen. Das hat uns jetzt hier leider ein bisschen zu viele Trefferpunkte gekostet. Werden aber jetzt hier zugehen. Dementsprechend können wir jetzt hier auch wieder rückwärts ins Cap reinfahren. Eins von den zwei Schlachtschiffen hat uns auf jeden Fall dort sehr gut getroffen. Ich glaube, das war die Wladivostok. Die Scharnhorst möchte sich eventuell nach vorne trauen. Sechs Kilometer Reichweite. Bei 5,4 Kilometer Tarnwert funktionieren natürlich die Torpedos ohne Nebelwand. Nur wenn die Gegner pushen. Und das macht die Scharnhorst. Die Torpedos sind draußen. Die Torpedos der Paolo Emilio sind natürlich brutal, was den Schaden angeht. 2-3 Torpedos sollten dort auf jeden Fall reichen, um sogar die Scharnhorst rauszunehmen. Nebenbei nehmen wir jetzt hier auch das C-Cap ein. Na, ein Torpedotreffer. Und? Okay. 3 Torpedotreffer waren notwendig. Und der vernichtende Schlag ist da. Sehr nice. So, gucken wir mal. 4 Schiffe sind noch bei A. Das heißt, die anderen 2 Schlachtschiffe sind hier mehr oder weniger alleine. Dementsprechend können wir jetzt hier eventuell sogar riskieren. Auch wenn wir leider nicht mehr viele Trefferpunkte haben. Deswegen müssen wir das sehr, sehr vorsichtig gestalten. Hinten hier mit unserer Nebelwand, mit dem kriechenden Nebel, dort an die Schlachtschiffe ranzufahren. Um dort eventuell auch nochmal ein paar Torpedos rauszubekommen. Möchte aber ungern dabei sterben. Zusätzlich haben wir dort auch noch einen feindlichen Zerstörer, der es gemieden hat, das B-Cap zu berühren. Ist auch lustig. Fährt dort einmal zwischen den kleinen Spalt, zwischen der Insel und dem B-Cap. Und jetzt dreht er doch ins B-Cap rein, weil er aufgeklärt wurde. Okay, Schlachtschiffe fahren hier leider beide weg. Die ahnen wahrscheinlich schon, dass sie dort eventuell gleich angegriffen werden. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt hier bis zur Insel. Und wenn wir dann an der Inselkante sind, dann nutzen wir unsere Nebelwand. Dann sollten wir auf jeden Fall zubleiben und dort eventuell einen Angriff starten können. Der JC hier mit dabei, der wird auch unsere Nebelwand nutzen können. Machen den Nebel an. Leider waren wir ganz, ganz kurz aufgeklärt. Und die Vladivostok schießt jetzt hier auch. Und wir kassieren nochmal 5000. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Dementsprechend gehe ich jetzt hier auch wirklich ein bisschen mehr auf Sicherheit. Ich möchte auf jeden Fall nicht dabei sterben. Optimalerweise wäre es natürlich gewesen, wenn wir nach vorne fahren. Das Problem ist aber bei 3000 Leben. Da hätte auf jeden Fall einen Schuss gereicht. Treffen aber hier die Vladivostok wenigstens mit zwei Torpedos. Und der JC hier mit der AP und der Friesland. Hat natürlich keine Torpedos. Nimmt aber hier die Vladivostok raus. Sehr, sehr stark. Die Torpedos gehen natürlich vorbei. Die zweiten, die wir jetzt rausgrauen haben. Weil die Vladivostok draußen ist. Für die Iowa hatten wir nicht die Reichweite. Nutzen jetzt, solange wir es können, hier noch die Nebelwand. Bisschen schade, dass der JC hier in der Runde mit der Friesland drin war. Macht natürlich hier gut Schaden gegen die Iowa. Aber wenn er dort natürlich einen Zerstörer mit Torpedos gehabt hätte, dann wäre natürlich die Iowa auch schon längst draußen. Leider sind wir gerade ein bisschen am Verlieren auf der anderen Seite. Leider haben wir jetzt hier auch den JC ein bisschen im Stich gelassen. Aber ich hätte da nicht viel machen können, außer dass wir selber noch sterben. Und das Gefecht, das könnte doch jetzt nochmal ein bisschen knapp werden. Wir haben jetzt gerade noch unseren anderen Zerstörer bei A verloren. Wir sind halt auch fast tot. Gegnerteam hat das B-Cap eingenommen. Hat das A-Cap auch gerade contestet. Und ja, wenn ihr auch mal oben auf die Minimap guckt. Eins von unseren drei Schlachtschiffen ist einfach hinten rückwärts zum Kartenrand gefahren. Das ist natürlich auch nicht nützlich. Sehen wir halt nicht mehr von hier aus. So weit ist das Schiff weg. Das heißt, wir haben jetzt hier doch mehr oder weniger ein relativ ausgeglichenes Gefecht auf jeden Fall. Was natürlich nicht so schön ist. Ich hätte natürlich warten können, eine Minute, um die Iowa dort nochmal mit dem Nebel anzugreifen. Um die rauszunehmen. Aber das B-Cap und die Kagero hatten ein bisschen Priorität. Ich glaube, die Kagero haben wir hier auch schon mal eben gesehen. Hat nicht mehr ganz so viel Leben gehabt. Zwar immer noch ein bisschen mehr wie wir. Aber wenn wir uns dort blau anstellen, können wir dort die Kagero eventuell rausnehmen. Ungefähr das gleiche am Leben. Unsere Heckgeschütze sind leider nicht gedreht. Deswegen habe ich nochmal kurz gewartet. Aber wir versuchen jetzt hier auf jeden Fall mal 1000 Schaden gemacht. Gut, die Kagero schießt immer noch auf ein Schlachtschiff. Nochmal 1600 mit unseren Frontgeschützen. Jetzt schießt er auf uns. Heckgeschütze. Leider diesmal nur ein Treffer. Aber mit der nächsten Salve sollten wir hier die Kagero rausnehmen. Ich hoffe, wir überleben jetzt hier noch die Salve. Konnten wir sogar ausweichen. Sehr, sehr nice. Damit ist auf jeden Fall die Kagero draußen. Und das Gefecht ist mittlerweile auch gewonnen. Sehr, sehr sicher. Auch wenn wir dort ein Schlachtschiff oben am Kartenrand haben. Können uns jetzt hier auch nochmal das B-Cap wiederholen. Eisenhau. Macht das dort auf jeden Fall auch schlau. Hätten die Gegner dort gut auf. Definitiv. Und eventuell unsere Nebelwand ist einsatzbereit. Können wir dort nochmal volles Risiko gehen. Und nochmal die Masse versuchen rauszunehmen. Ich hoffe zumindest, dass irgendjemand gleich die Masse noch sieht, wenn wir den Nebel machen. Weil sonst ist es natürlich nicht so schön. Es sind halt ein paar Flugzeuge hier in der Luft. Wir haben jetzt eigentlich in fast allen Winkeln hier befreundete Schiffe. Das Cap ist eingenommen. Dementsprechend würde ich sagen Vollgas. Wie gesagt, die Runde ist jetzt sowieso gewonnen. Wenn wir jetzt noch sterben, ist es halt nicht so schlimm. Wir nutzen jetzt hier unsere Nebelwand. So dass wir quasi die Masse dass sie uns nicht aufklärt. Können sogar vielleicht die die linken Torpedos schon mal raus machen. Dass wir zwei Torpedofächer auf der rechten Seite gleich einsatzbereit haben. Werden jetzt hier leider aufgeklärt. Und der zweite Torpedowerfer hinten kam leider nicht mehr ganz rum. Er hat zu lang gedreht. Erster wurde ausgewichen. Zweiter. Zwei Treffer. Man hier führt fast 30.000 Schaden. Bringt uns hier nochmal den Unterstützer und das Großkaliber. Und die Masse hat hier sogar noch eine permanente Blutung. Ihr seht oben rechts der Schaden geht hoch. Bisschen ärgerlich, dass wir halt nur noch so wenig Leben hatten. Sonst hätten wir das wahrscheinlich auch easy überleben können. Und dort auch den zweiten Fächer noch raus machen können. Aber das Gefecht ist gewonnen. Sehr schön. Unter 32.000 Schaden wurden es am Ende mit 58 Zieltreffern, sieben Torpedotreffer, fünf Ausfälle, vier Schiffe zerstört, ein Brand gemacht, sieben Wassereinbrüche, ein Solo Cap, zwei Eroberungen unterstützt. Und dann haben wir noch drei Schiffe aufgeklärt. Und bei den Medaillen gab es einmal, das ist nur ein Kratzer, Unterstützer, erstes Blutvernichtner, Schlag und Großkaliber. Hauen wir uns natürlich auch das Teamergebnis an. Starke Divisionsleistung. Hier auf jeden Fall auch der Nieren dort sehr gut gespielt. Auf einer anderen Flanke haben wir eigentlich kaum was mitbekommen. Und auch der Jay-Z natürlich mit der Friesland. Und im Gegnerteam auf jeden Fall auch die Kagero nicht schlecht gespielt. Werfen natürlich noch einen Blick auf den Wirtschaftszweig. 401.000 Kreditpunkte Profit gemacht in der Runde mit einem einfachen Kreditbooster. Und dann gab es noch etwas an Erfahrung. So Leute, das soll es auch mit dem heutigen Video mit der Paolo Emilio oder auch Yolo Emilio genannt gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo bei Spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.